So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lose, heute mit mir dem Crusader und ich hab mich da mal letztens was gefragt und zwar, wie sieht eigentlich der Bunker der Briten aus, wie sieht eigentlich die Staffeldraht der Briten aus und wie sieht allgemein alles von den Briten aus und das möchte ich jetzt gerne in diesem Video einfach einmal herausfinden. Das schwierigste an der ganzen Sache wird allerdings einen Soros finden, der nur semi-optimal gesiedelt ist, wo die Karte nicht insett durchgecappt wird und wo ich genügend Zeit habe mit den Briten was zu bauen. So, wird also gar nicht mal so leicht und ich hab leider niemanden, den ich jetzt auf die Stelle mal fragen kann, ob er mit mir mitrennt und wir uns das Ganze mal zusammen ansehen können, deswegen bin ich hier gerade solo unterwegs und muss das irgendwie alleine hinbekommen, was ganz schön schwierig werden wird, weil ich muss erst mal eine Karte finden, wo die Briten gerade unterwegs sind mit Leuten, die da drauf sind, auch wenn es wenige sind. Hier haben wir Briten, Alamein, Brennholzverleih. Jo, komm, wir probieren es mal auf einem vollen Server. Ich komme auch direkt rein, die Karte hält wahrscheinlich auch lang genug, dass ich euch alles einmal zeigen kann und wahrscheinlich schreibt mich dann irgendeiner an, weil ich jede Menge lustig Scheiße mache, aber ist okay, kann nicht mit leben. So, ihr könnt auf die britische Seite, zack, und joinen hier einfach mal, oh, wir haben hier sogar hier, joinen da einfach mal rein, zack, und nehmen uns mal den Pionier mit dem Schraubenschlüssel, da ist er, bestätigen. Supply Truck steht auch hin, er ist ja als ob das Spiel möchte, dass ich einfach mal eine Runde hier als Brite irgendwas anfange aufzubauen. Wir bauen natürlich die ganze lustige Scheiße, die man da so basteln kann, ähm, mithilfe eines LKWs, wo ist er, wo ist er denn, ping, da. Frage ist, ob ich mich hier schon zu Pleistops setzen kann, aber ich glaube nicht. Ne, im HQ nicht möglich, okay, alles klar, wir müssen also erst einmal rausfahren, hier überfallener Konvois, da vor euch, boah, so ein Bunker vor überfallener Konvoi, dann können wir mal gucken, wie das Ganze aussieht, und, äh, ja, das Spiel läuft ja seit zwölf Minuten, ich denke mal, es läuft dann auch nur noch zwölf Minuten, weil die Briten halt in der Regel sowieso immer komplett auf die Schnauze bekommen, aber es gibt uns Zeit, alle Möglichkeiten des Erbauens mal zu überblicken. Vorausgesetzt, steht da nicht gleich irgendwo ein Panzer, der mich hier wegfarmt? Hier schon droppen? Ne, hier kann ich noch nicht droppen. Hier auch noch nicht. Ich würde es gerne tatsächlich hier oben auf dem Berg bauen, dann kann ich nämlich damit argumentieren, dass der Bunker doch, äh, irgendeinen Zweck hätte. Da habe ich schon einen Panzer schießen, das, äh, macht mir jetzt schon Angst. Das ist doch was, wir bauen uns das mal einfach hier, direkt auf die Landebahn. So, und dann schnappen wir uns mal eine Schraubenschlüssel und gucken mal, was man hier so basteln kann. Oh, der Bunker, der sieht extrem interessant aus. Den bauen wir doch mal als erstes. Junge, der ist aus Metall und der, der sieht echt ganz cool aus. Bin gespannt, ob man mich denn hier mitten auf dem Airfield bauen lässt oder ob ich gleich irgendwo von rechts oder von links einen Schuss reingedrückt bekomme. Ob das da wohl eine offene Schiesscharte ist? Ich bin echt gespannt, was das hier wird. Gleich haben wir die Stufe 1 des Britenbunkers. Ah, nein, ist leider geschlossen, aber er sieht ganz geil aus. Hier nehmen wir hier die Stufe 2 mal, gucken, wie die aussieht. Ich denke mal, da dürfte da noch ein bisschen Holz dran sein. Ist aber echt geil, dass die sich da haben, was individuelles einfallen lassen für den Britenbunker. Ich kann auch nochmal gleich so eine Perspektive von vorne aufnehmen. Aber ich werde gleich nochmal ein paar neue Supplies brauchen, weil der Bunker braucht mit am meisten Supplies. Ich hätte mir wen mitnehmen sollen zum Hämmern. Yeah, bitte nicht für mich der Tiefliger. Okay, der hat jetzt so Sandsäcke. Cool, jetzt fehlen mir 50 Supplies, die holen wir nochmal schnell auf den HQ. Der Bunker sieht auf jeden Fall schon mal geiler aus, als die Bunker von den deutschen Amis und auf jeden Fall auch als Bunker von den Russen. Der zusammengeklopften Holzstapel. Die Frage ist, wie wir jetzt überhaupt wieder zurückkommen, kann ich hier hochkommen, ich glaube, ja. Wir verlieren hier gerade den vorletzten Punkt, das heißt, wenn ich mich jetzt nicht beeile, dann ist der Punkt sowieso weg, bevor ich meinen Bunker da umgebaut habe. Ja komm, lass mich ein paar Supplies holen, bitte. Ich will es schaffen, den Bunker aufzubauen. Auf Stufe 3, das ist die maximale Stufe, dann sehe ich das erste Mal in meinem Leben in einem britischen Bunker. Drei Wochen nach Release oder so was, oder vier, keine Ahnung, wie lange die Briten jetzt schon draußen sind. Viel zu lange gedacht, dass sie nur zwei Karten haben. Die Russen haben ja jetzt wenigstens noch Tcharkov gekriegt. Kurs Stalingrad Tcharkov, bei denen haben wir drei. Die Rappstation der Briten kann man hier schon sehen. Da haben wir auf den Briten stehen gepackt. So, jetzt geht's wieder ab nach vorne. Flugplatz wurde nochmal gesaved, ist gut. Mehr Zeit für unseren Bunker. So, einfach mal wieder schnell zurückgefahren, paar Supplies geholt. Die alten Supplies stehen da unten noch. Ne. So, bienvenue. Mein erster britischer Bunker, gleich ready. Oh ja, letzte Stufe, ey. Das dauert jetzt richtig lang. Die Deutschen haben ja einen, finde ich, richtig besonderen Bunker mit dem ganzen Beton drumherum. Bei den Amis sind das nur so ein Haufen Sandzecke. Das sieht jetzt nicht besonders cool aus. Bei den Russen die Holzflöcke, das ist auch selten individuell und finde ich eigentlich auch ganz cool. vom Aussehen jetzt her. Außerdem haben die noch mal so einen extra Eingang, so einen seitlichen. Die Russen, das ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Und die Briten sehen wir gleich, was der Stufe 3 Bunker so bringt. Ja, ich hömmere weiter. Und weiter und immer weiter. Und rechts von mir hat einer geschossen. So, britischer Bunker steht. Das ist sogar ein Gegner. Ja, den erschießen wir jetzt erstmal aus dem britischen Bunker. So. Was auch immer hier vorne ein Gegner macht. Aber, ich muss sagen, der ist geil. Aus Metall, erinnert ein bisschen so von der Form her an den deutschen Bunker. Ähm. Oh, was ist das denn? Da ist ja eine Kanone oben drauf. Kranker Scheiß, ey. Okay, ey. Aber der britische Bunker, ähm. Der ist extrem interessant, Leute. Hä, kann ich da einsteigen oder was? Da kann man doch nicht einsteigen, oder? Kann ich da einsteigen? Oh, jetzt hast du mich hier gesprengt. Wahrscheinlich, weil der Panzer denkt, dass ich ein Panzer bin. Geil. Da ist eine Kanone auf dem britischen Bunker oben drauf. Ey, das habe ich ja noch nie gesehen, so ein Teil. Das ist mal ein hartes Ding, tatsächlich. Schade, dass mich jetzt einer ihrer Panzer da weggeschneggelt hat. Aber wer weiß von, wo der geschossen hat. Junge, sieht das geil aus. Hier auch außer... Yo, der hat meines Kleidens noch kaputt geschossen, der Panzer. Loop Tank. Aber seht euch diesen Bunker an, man. Schon cool. Ich bin auch wahrscheinlich der einzige Spieler, der die meisten Kieler aus dem britischen Bunker gemacht hat. Ein paar deutsche Supplies runtergekommen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die zweiten Supplies auch gleich abgesetzt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, die habe ich auch stehen gelassen. Egal. Ähm, ich wollte mir nochmal angucken, wie hier ein anderes Objective aussieht. Äh, der Stacheldraht. Sieht aus wie ein Kammernstacheldraht. Amerikanische Steel Barrieren. Okay. Okay. Die Repair Station. Okay. Das hier ist das... Das hier ist das Treibstoff-Ding. Ein Zelt für die Manpower. Und, oh. Wieder eine echt hübsche Rampe bei den Ressourcen hier. Ja, also ein Stacheldraht hätte ich gerne noch. Den würde ich mir gerne auch mal ansehen. Ne, warte mal. Ich habe doch gesagt, ein Stacheldraht. Ähm, so. Ich glaube, es ist der Ami-Stacheldraht. Der ist wahrscheinlich relativ common. Ah, wir sehen es gleich. Briten haben so ein ganz besonderes Tier, das man... Ähm, 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 eben gerade habt ihr es gehört. Ja, gut. Hier ist es der 0815 Copy-Paste Stacheldraht. So, das ist nichts besonderes, der Stacheldraht. Okay, ähm. Dann gucken wir uns mal den Tschechen-Igel hier an. Ob der irgendwie was Besonderes ist? Ich glaube aber auch nicht. Das Beste ist wahrscheinlich der Bunker. Ja, das ist Standard-Schechen-Igel. So, das können wir dann hier noch setzen. Ah, der schießt jetzt auf mich, weil er mich gesehen hat. Okay, einmal so ein Instandhaltungspunkt. Kann ich hier auch nochmal hinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich dafür noch genügend Ressourcen habe. Aber eigentlich sollte ich. Ja, habe ich noch. Achso, kann man sich die Kanone da reinsetzen. Das wollte ich mir nochmal kurz angucken. Oh, nett. Ist okay. Ich glaube nicht, dass man sich da... Oh, hier ist sogar eine Lu... F-Bunker zerlegen. Ne, okay. Da ist sogar eine Luke für den Turm oben, ne? Also, der Bunker ist schon geil. Ich wüsste mal gerne, was man da als Vorlage genutzt hat. Also, da würde ich gerne auch mal irgendwie hochklettern. Das ist auf jeden Fall eine Hardcover hier. Ja, der Turm, der sieht schon ziemlich sick aus. Da habe ich schon angefangen zu wiggeln. Kann man auf jeden Fall nicht drüber meckern. Der britische Bunker ist nice. Und er hat einen Panzerturm oben drauf. Den richtig gesetzt. So könnte echt für viel Verwirrung sorgen. Ich weiß nicht, warum da hinten jetzt dauernd Gegner angerannt kommen. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so cool, dass da die ganze Zeit Gegner angerannt kommen. Weil ich ja mich weiterhin mit meinen kleinen Sachen da beschäftigen will. Naja, gut. Ja, jetzt hat er mich... Okay. Na gut, aber ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Einblick in den britischen Bunkerbau. Ich will die Folge jetzt hier gar nicht zu lang werden lassen. Ich wollte euch einfach nur einmal kurz zeigen, wie der Bunker aussieht. Und wünsche euch noch viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.